Der ist so ein Mann. Der ist so ein Mann, ja, wir wissen. Entschuldigung. Guten Abend, wer gibt es denn heute nächsten Abendessen? Warum kommt es denn jetzt halt? Wirst du schon wieder den Arm kaputt machen? Ich wollte anrufen, aber es war ständig belegt. Das musst du auch ständig telefonieren. Aha, jetzt bin ich schon wieder schuld, wie immer. Schau dir mal den Auflauf an. Der war vor einer Stunde fertig. Warum hast du mit dem Auflauf überhaupt so früh angefangen? Also schon wieder, es ist also mein Fehler. Jetzt sag ich dir mal was. Unsere Beziehung fällt sich nicht länger und nicht mehr. Ständig diese Streitereien, die gehen mir schon lange auf den Lärm. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung, mich mit dir herumzuschlagen. Da kommt man müde und angespannt nach Hause, freut sich und dann so was. Ich freue mich ja selbst an die Initiative treffen, dass wir beide was unternehmen. Aber ständig soll ich etwas machen. Ja, du sagst ja ständig, ich kann sowas nicht. Das passt dir ja nie. Ja, es war mal schön mit dir, aber jetzt. Oh, okay. Ganz ruhig gehen. Wenn ich wieder depressiv werde, dann wird schon jemand anderes kommen. Ja, ja. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Danke. 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 Vielen Dank.